Ah, der bricht am Anfang ab. Ah, können wir andersrum, dass das Licht so mehr in dein Gesicht... Ja. Jawoll. Moment. Nee, ist überhaupt nicht scharf. Ja. So? Nicht scharf? Nee. Ja, ist nicht die geilste Kamera. Ganz nicht einfach vor das Brett stellen. Ja, ja. Das ist das Hellste, dass sowas geht. Aber warum macht ihr das jetzt nicht? Versuch mal. Hey Leute, ihr seht Absulem. Und wenn ihr bei euch lasst ein Abo da... Die Zeit finde ich auch immer super.